Hallo liebe Freunde des Golf Itz. Erstmal vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wir haben in den ersten paar Minuten grobe Soundprobleme und später gibt's Ruckeln und ja am Ende fliege ich sogar raus, weil ja der PC hat seine Banken gehabt, mittlerweile gehabt. Ich nehme das jetzt einen Tag später auf. Also es ist so, mir wurde von einer Firma, die ich jetzt nicht näher nennen möchte, ein falscher Kühler, CPU-Kühler genannt und die Leute bei unserem örtlichen PC-Service haben mich eigentlich dafür ausgelacht und haben mich aber auch irgendwie sehr bemitleidenswert angeschaut. Ich habe jetzt mittlerweile einen anderen Kühler drin, bedeutet ich habe gar keine Abstürze, ich habe auch keine Temperatur von 90, 95 Grad, die bei mir normal waren und ja also es ist halt einfach nur dramatisch gewesen, einfach auch deswegen, weil ich bin froh, dass der Prozessor nicht kaputt gegangen ist. Ich hatte ja häufiger CPU-Abstürze, also der Rechner hat sich ausgemacht und hat dann gesagt, CPU-Overheat. Jetzt habe ich da mal den Rechner unter Last laufen lassen und man merkt einfach den Unterschied. Ich habe ja generell 60 Grad höchstens, wenn es mal hochkommt und das, obwohl ich dann irgendwas krasses spiele und es heizt im Zimmer. Also von daher entschuldigt auch hier bitte, es ist alles durcheinander gewesen. Wir würden die Folge aber trotzdem hochladen, weil sie doch nochmal lustig war. Und genau, und dann sehen wir uns bei einem neuen Let's Play. Ihr habt sicherlich gehört, Eko haben wir aufgehört, weil es nur Probleme mit dem Server gab. So, von daher vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao. Hallöchen und herzlich willkommen zu Ghoulfeet mit dem Nico. Ey, das wird eine Katastrophe. Falls ihr Eko gesehen habt, werdet ihr merken, dass wir gerade nicht so begeistert sind von Eko und unsere Laune echt am Eimer ist. Und dann haben wir gedacht, wir brauchen was Gutes. Ah. Okay. Wir spielen das. Danke, dass du mich anschubst. Oh, ich bin. Ciao. Der Nico. Ich bin raus. Ciao. Ja, ja, nein. 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 Ach, ihr Scheiß. Ich achte. Okay. Dann jetzt auch. Konzentration habe ich's. Ich weine Tränen. Bittere. Hä? Hi. Hallo Nico. Okay, wir gewöhnen uns gerade dran. Alles klar. Hau noch leichter zu. Du hast es geschafft. Okay. Ich hoffe, ich schaff's jetzt. Hui. Ja, Mann. Ich bin ein Roboter. Lädst du vielleicht gerade was runter? Oh, nein. Ja, ja. Bleib da. Bleib da. Bleib da. Ja, ja, ja. Tschüss. Okay. Ähm. Nö, du, du hörst dich bei mir ganz normal an. Geht's? Klappt das? Ach, nöö. Okay. Nein. 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 Ne. Ne. Nein. Ich braucht mehr Kraft. Huch. Okay. Öhm. Tschüss. Tschüss. Goll, für das Spiel für anspruchsvolle Rechner. Bleib da, bleib da, bleib da. Das dürfte eigentlich nicht. Höre ich mich krackelig an? Okay. Dann ist alles gut. Oh, den hat er reinbekommen. Der hier doch. Oh. Bestimmt mit Tab. Nein. Der hinter. Alles klar. Tschüss. Hast du es gerade geschafft? Der Drecksack. Oh. Ja. Ja gut, aber du hast zwei Schläge weniger als ich. Ich habe einen Schlag mehr gemacht. Nein. Sorry. Nein. Oh, ich rolle noch mal. Tschüss. Oh, Junge. Was ist? Das klappt alles nicht. Oh, Mann. Heute ist nicht mein... Heute ist nicht mein Tag. Nein. Bleib da oben, Junge. Du scheiße. Nein, lala. Jetzt. Oh. Schlag Nummer 300.000. Oh. Okay, ich bin weg. Ciao. Oh. 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 Das ist... Das ist doch... Ich rege mich auch gerade auf. Das ist nicht nett. So. Oh, Mann. Der trifft da auch noch. Oh. Nein. 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 Warum hat er das geschafft? Ich hasse es. Bist du jetzt gerade reingeflogen? Nein. Nein. Ist das für mich? Ey, du lernst fast im falschen Loch. Hm. Oh. Man kann springen mit Letters, oder? Springst du gerade? Okay. Dann... Bin ich aber doch verwirrt. Ah. Ich hole auf. Oh. 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 Da war... Da war wirklich Gefühl drin. Oh nein. Hallo? Stehst du mir aber im Weg rum? Was ist los mit dir? Oh. Oh Junge. Junge. Dies ist nichts gut. Ah. Du brauchst mehr Swunk. Je schneller du... Je schneller du... Deinen Schläger nach vorne bewegst, du weißt schon. Habe ich aufgeholt? Habe ich aufgeholt? Oh, ich habe sehr stark aufgeholt. Oh, wir müssen... Ich bin wieder zurück. Hey. Dass es das gibt. Ah. Jetzt hat es geklappt. Und der Nico haut daneben. Ja, natürlich. Mir ist es viel zu heiß heute. Ja. Der hat einen Schlag weniger als ich. Okay. What the fuck? Habe ich dich gerade weggeschlagen? Ich bin voll gegen diesen blöden Holzklotz. Ähm. 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 Äh. Äh. Du auch? Ja. Hast du es gerade reingeschafft? Oh. Oh. Ach. Mist. Okay. Äh. Och, nö. War das gerade Hauptsicht? Danke. Ich glaube, ich bin ein bisschen am Lachen. Wunderf. Nein, bleib stehen, bleib stehen. Danke. Ja. Ich kann mich jetzt beruhigen. Das ist wieder zurück. Oh, ich habe aufgeholt, Nico. Ich habe aufgeholt. What the fuck, Alter? Entweder oder, ha? Ich li... Ich... Ich liege auch nicht besser. What the fuck, Alter? Die Musik erinnert mich ein bisschen an Stardew Valley. Wir haben noch Stardew Valley eigentlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben das sträflich vernachlässigt. Wann kam die letzte Folge? Ach nein, stimmt. Wir haben... Nico, wie kannst du das noch machen? Nico? Warum schlägst du wieder zurück? Du bist wieder am Anfang. Sei nur so gesagt. Nico, sag mal was. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Wir haben die ganze Zeit kein Audio von dir aufgenommen. Nee. Okay. 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 Ganz geil. Weil Rechner neu drin war, hatte ich auch bei den ganzen anderen Folgen kein Audio. Alter. Auch bei Echo nicht. Nein. Ah. Dieser Tag ist so für ein Arsch. Ich geh nach Hause, Alter. Nein. Nein. Was mach ich denn? Hallo, liebe Leute. Ihr hört den Nico. Das erste Mal, Leute. Ah. Scheiße, Alter. Ich schaff kein Bock mehr. Ja, aber dich hat man gehört, oder was? Ja, mich hat man gehört, zum Glück. Ey, weißt du, gerade alles neu eingestellt. Das sticht so schlimm an, ey. Und die kenne ich. Verdammt. Das ist so mit diesem Schlagen da... Ach, weil ich... Ich hab das vertauscht mit Golf with your friends. Deswegen kenne ich das anders. Hallo? Komm, fahr rein, fahr rein, fahr rein! Hör ich mich wieder normal an? Nee. Okay. Nein! Boah! Also, ich hab gerade keinen Ton, aber... Oh, ich hab gewonnen. Mäh. Wollen wir mal ein anderes Level nehmen? Komm, weil's passt. Äh, ja, ich hatte gerade keinen Ton. Äh, ich muss mich wieder einladen. Ansatz. Nee, ich seh dein Spiel, sobald's startet. Ach so, okay. Also, ich hab gerade Soundprobleme beim Nico. Ich hab eben alles nochmal neu gestartet bei mir. Deswegen war ich kurz mal nicht zu hören, aber... Oh, heute ist der Tag wie verflucht, ey. Kommst du rein? Nö, bei mir zeigt er keinen Server mit Freunden an. Ernsthaft? Warte mal. Hm. Ja, also eine Runde können wir noch machen. Ja, machen wir noch eine Runde. Jetzt musstest du mich sehen. Oder? Nö. Oh, ey, heute ist wie verhext, ey. Starte du mal eine vielleicht. Oder ist... Was, was ist denn los? Bist du bei mir... Ich bin bei Steam nicht online. Verbindung unterbrochen. Nico? Ja? Okay, du bist da. Okay, jetzt muss... Ah, im Workshop kann man sich dann einen Haufen Karten runterladen, oder? Ah, sehr nice. Bestimmt. Jetzt müsstest du es sehen, ja. Boah, ich verstehe dich halt einfach nicht. Sorry, aber... Oh, Mann. Soll ich wieder mit Kollision? Ich habe mit Kollision gemacht, ja. Okay, was ist Tick-Rate? Keine Ahnung. Hä, jetzt hast du mich doch eingeladen. Ah, fuck. Fuck. Okay. Ich wünsche, der Tag wäre heute ein bisschen... Oh Gott, welcher von beiden ist es jetzt? Jetzt sehe ich zwei, denen ich beitreten kann. Ich... Ja, ich nehme einfach mal einen. Komme zu mir. Ich bin auf dem Weg, hoffentlich. Ja, da ist er. Bist du bereit? Bist du bereit? Lass ihn starten. Juh! Juh! Alter, juh, 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 juh. Nein! Oh, ich muss echt mal das jetzt checken, dass ich mit der Maus gescheit nach vorne gehe. Ja, natürlich. Ich bin weg, ciao. Okay, ich glaube, das war zu fest, oder? Okay, what? Also... Hallo, liebe Zuschauer. Heute soll es nicht sein. Mein Rechner ist einfach abgeschnitzt. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Ey, ich bin... Leute, ich glaube, wir beide sind jetzt so fertig, der Nico und ich. Und wir lassen es einfach und laden das jetzt hoch. Und ja, wir nennen es der Katastrophentag oder so. Ja, kommt ganz gut. Der Katastrophentag mit Prozent von Nikos Stimme. Ich tue alles, damit es gut läuft. Nee, es ist heute einfach nicht der Tag. Ich hoffe, die Aufnahmen sind nicht genauso schlecht, wie du mich gerade hörst. Ja. Und weine ich bittere Tränen. Ich hoffe auch. Keine Ahnung. Mein Rechner war anscheinend auch zu heiß. Und ja. Der kühlt sich jetzt langsam ab. Nico? Okay, ja, ja. Ich hör dich, ich hör dich. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei einer neuen Folge, was auch immer. Ich habe keine Ahnung, wenn es wieder läuft. Von daher, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020